Vater? Du hast mehr vom Leben gekostet, als ich mir überhaupt vorstellen kann. Doch deine Geschichte hat kein Ende. Weißt du, wie es ist, ewig zu leben? Deine Unsterblichkeit hat dich zum größten Krieger von Axt und Kreuz gemacht. In einem Krieg zwischen unserer Welt und der Nächsten. Ich habe mein Leben lang auf die Gelegenheit gewartet, dir zu helfen. Jetzt hast du die Chance. Willst du aufgeben? Nein, ich will mehr Geld. Du bist eine Traumwandlerin. Verschwindet. Du musst mich in die Traumwelt bringen. Es ist die einzige Möglichkeit, das zu bekämpfen, was kommt. Wenn du dort stirbst, stirbst du auch hier. Du musst unbedingt aufwachen. Du sitzt in einer Volle. Ja, für das, was jetzt kommt, bist du nicht ausgebildet. Die mächtigsten Hexen, die es hier auf Erden gegeben hat, sind hier, um uns zu vernichten. Nun beginnt es. Dort draußen passieren sehr schlimme Dinge. Wer sagt, eine Hexe kann keine Hexen jagen? Weißt du, wovor ich Angst habe? Vor nichts. Du bist nicht anders. Untertitelung des ZDF, 2020